Polizeieinsatz in einem Gymnasium. Ein Schüler hat sich nicht mehr unter Kontrolle und randaliert in einem der Klassenzimmer. Gut, dass Sie da sind. Er ist da drin. Um mir geht's denn? Axel, Axel Wittig, einer meiner Schüler, 16 Jahre alt. Er ist da drin und passt gerade total aus. Oliver Groß, ich bin der Schulleiter. Guten Tag, ich hab Sie angerufen. Müssen wir noch irgendwas wissen, bevor wir reingehen? Ist der Junge bewaffnet? Äh, keine Ahnung, ich glaub nicht. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt so ausrastet. Ich wollte nach der Stunde nur mit ihm über seine Noten reden und da ist er völlig durchgedreht. Gehen Sie bitte auf die Seite. Mann! Ey, stand, Juni, komm! Also ihr geht jetzt am besten mal brav zum Bus. Ja, los, ab jetzt nach Hause. Bitte, tun Sie ihm nicht weh. So, bleib fest, ne? Wir leiden alle Ihre Schüler so. Können Sie mit ihnen über die Noten sprechen? Ja, komm. Mir ist schon klar, Axel, dass das zwingend den Schulverheiß bedeutet. Axel Wittich hat sich in der Zwischenzeit ein wenig beruhigt. Im Büro des Schulleiters wartet er auf das Eintreffen seines Vaters, der zur Verstärkung Rechtsanwältin Benita Brückner mitgebracht hat. Axel Wittich, Axel macht seit Monaten nur Probleme, aber heute ist er endgültig zu weit gegangen. Er hat einen ganzen Klassenraum demoliert und die Kollegin Schütt hier direkt bedroht. Was? Ich habe ihn daraufhin vom Unterricht ausgeschlossen. Und es ist mir ziemlich egal, dass Sie Ihre Anwältin gleich mitgebracht haben. Ihr Sohn fliegt auf jeden Fall von der Schule. Wissen Sie denn, warum Axel so ausgerastet ist? Keine Ahnung. Axel war in letzter Zeit häufig aggressiv, aber nicht so. Und heute wollte ich mit ihm nur über seine Noten reden, weil die sind gelinde gesagt miserabel. Und sein Verhalten ist absolut unentschuldbar. Herr Wittich, Sie werden den entstandenen Sachschaden ersetzen müssen. Anzeige wegen Sachbeschädigung habe ich bereits erstattet und den entsprechenden Strafantrag gestellt. Natürlich werde ich Ihnen den Sachschaden ersetzen, aber ein Verweis, eine Anzeige? Ich bitte Sie, Herr Groß. Wissen Sie, ich habe mich vor einem halben Jahr von Axels Mutter getrennt und die Trennung war nicht leicht für ihn. Das ist jetzt eine schwierige Zeit und der Umzug war vielleicht auch keine gute Idee. Axel musste völlig neu anfangen und offensichtlich fällt ihm das nicht leicht. Ich bitte Sie doch nur ums Verständnis für Axel's schwierige Phase im Augenblick. Ich werde mit ihm reden und die Sache klären, versprochen. Es bleibt trotzdem beim Schulverweis. Die Kollegin Schütt hier hat auch Axels Mutter bereits darüber informiert. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich kläre das mit meinem Sohn. Meine Ex könnte ja getrost raushalten. Nein, kann ich nicht. Ich muss beide sorgeberechtigten Eltern informieren. Komm, lass uns wieder gehen. Ich werde Widerspruch gegen den Schulausschluss einlegen. Bitte. Frau Kollegin, jetzt finden Sie erst mal wieder zu sich selber. Mann, ich hasse dich! Axel, warte! Frau Brückner, gibt es eine Möglichkeit, gegen den Schulverweis vorzugehen? Ja. Ich werde Widerspruch einlegen und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen. Damit können wir erreichen, dass Axel erst mal nicht von der Schule verwiesen wird und keinen Stoff versäumt. Okay, machen Sie das. Ja, und der nächste Schritt wäre dann eine Anfechtungsklage. Allerdings weiß ich nicht, ob das unser Problem wirklich löst. Warum nicht? Hauptsache fliegt nicht von der Schule. Hauptsache ist, dass wir rausfinden, was sich eigentlich hinter Axels Verhalten verbirgt. Ich meine, er hat ja ganz offensichtlich ein Problem. Und solange wir das nicht gelöst haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zum nächsten Vorfall und vielleicht zum endgültigen Schulverweis kommt. Ich kann es versuchen, aber ich bin nicht besonders guter Dinge. Axel spricht seit einiger Zeit nicht mehr mit mir. Warum nicht? Naja, er gibt mir die Schuld an der Trennung. Warum lebt der Junge dann bei Ihnen und nicht bei seiner Mutter? Ja, weil ich das so wollte. Ich wollte ihn nicht auch noch verlieren. Und da haben meine Ex und ich entschieden, dass Axel zu mir kommt. Finden Sie heraus, was mit ihm los ist. Und ich werde mich in der Zwischenzeit um den Schulverweis kümmern. Allerdings, wenn Axel hier so unglücklich ist, dann ist vielleicht auch ein Schulwechsel in seinem Interesse. Um Axel im Auge zu behalten und ihm noch einmal ins Gewissen zu reden, nimmt Stefan Wittig seinen Sohn am Nachmittag mit in seine Kampfsportschule. Der Teenager schaltet jedoch auf stur. Die Umkleidekabinen seht da hinten links. Ich warte hier vorne auf sie, ja? Axel, kannst du mal erzählen, was da heute los war? Mensch, wenn du nicht mit mir redest, ich kann dein Problem sonst nicht verstehen. Du musst sprechen. Ich weiß nicht, ob dich das interessieren würde. Natürlich interessiert mich das. Mensch, du weißt gar nicht, was das heißt, wenn du von der Schule fliegst. Du verbaust dir deine ganze Zukunft damit. Ist dir das klar? Ja, das ist für uns beide nicht ganz einfach. Auch für mich, das ist ein Neuanfang. Das stimmt. Aber wenn wir uns nicht austauschen, wenn wir nicht miteinander sprechen, dann kriegen wir das nicht in den Griff. Ich wollte diesen scheiß Neuanfang nicht. Und du hast mich immer mehr gefragt, ob ich das will. Das hast du jetzt halt davon. Was soll das denn heißen? Wolltest du mich damit bestrafen oder was? Quatsch. Mama hat mich heute angerufen und sie hat gefragt, wie es dir geht. Sie hat mich gefragt, wie es dir geht, weil du es nicht schaffst, mit ihr zu reden. Warum denn nicht? Was geht dich nichts an? Und ob. Ihr seid meine Eltern. Hey, sind Sie fertig? Dann können wir ja anfangen. Zeigen Sie mal. Ja, das ist so ein Arsch. Axel, wir reden heute Abend. Am nächsten Tag gerät Axels Klassenlehrerin Julia Schütz nach Schulschluss in große Gefahr. Ach du Scheiße. Groß hier. Vom Humboldt-Gymnasium. Meine Kollegin wurde verletzt. Ich brauche sofort einen Notarzt. Auf dem Parkplatz. Moment. Ja, ich bin auf dem Weg dorthin. Habt ihr gesehen, was mit Frau Schütz passiert ist? Keine Ahnung, wovon Sie... Mitkommen. Oh Gott. Frau Schütz, der Notarzt ist schon unterwegs. Der kommt gleich. Während sich wenig später ein Rettungsteam um die verletzte Lehrerin kümmert, ist auch die Polizei vor Ort. Die mögliche Tatwaffe ist schnell gefunden. Schau mal, die habe ich da hinten in die Büsche gefunden. Nun, Chaco. Deine japanische Schlagwaffe. Jedes Willen. Und damit wurde Frau Schütz ins Gesicht geschlagen. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein. Wie ist es mit euch beiden? Nee, wir haben nichts gesehen. Trotzdem muss ich euch bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Was? Wieso das denn? Ihr wart am Tatort und wahrscheinlich auch zur Tatzeit. Aber wir waren es doch nicht. Axel war es. Wie bitte? Ja, das stimmt. Wir haben gesehen, wie er weggelaufen ist. Es ist schon möglich, dass Axel das gewesen ist. Jedenfalls war er in letzter Zeit zunehmend aggressiv. Und es gab auch schon wiederholt Probleme zwischen ihm und Frau Schütz. Wegen ihm waren wir doch gestern erst hier. Der Junge, der das ganze Klassenzimmer auseinandergenommen hat. Allerdings. Und wo können wir ihn finden? Ich hole Ihnen die Adresse. Ja, und sein Vater hat eine Schule für Kampfsport oder so. Stefan ahnt noch nichts von den neuesten Anschuldigungen gegen seinen Sohn. Der 37-Jährige ist mitten im Training, als plötzlich die Kriminalpolizei in der Kampfschule auftaucht. Ja, gut machen Sie das. Schön, die Rechte neben sauber zu schlagen. Ja. Schönen guten Tag, der Herren. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, grüß Sie. Kriminaloperkommissar Schmidt und ich sind auf der Suche nach Ihrem Sohn Axel. So, was haben wir nicht angetroffen? Wissen Sie, wo er steckt? Warum? Was los? Machen Sie weiter und schlagen weiter ordentlich kräftig zu? Seine Lehrerin, Julia Schütt, wurde überfallen. Sie ist schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Und was hat mein Sohn jetzt damit zu tun? Laut Aussage von zwei Zeugen war ihr Sohn der Angreifer. Das ist doch Quatsch. Das ist ja völliger Blödsinn. Fehlt Ihnen zufällig so ein Nunchaku? Nein, warum fragen Sie? Weil genau so ein Teil in Tatortnähe gefunden worden ist. Wahrscheinlich die Tatwaffe. Was ist denn jetzt der Plan für heute Abend? Im Rock startet heute die Party. Kommen wir überhaupt rein? Naja, du brauchst natürlich einen gefakten Ausweis. Ja gut, sowas habe ich nicht. Wo bekommt man das her? Ich sage nur Khao San Road. Bangkok. Thailand. Da hat zumindest Jackie unsere beiden Ausweise her. Du warst in Thailand? Ja, schon oft. Aber das bringt dir jetzt auch nichts mehr, oder? Ohne einen gefälschten Ausweis, der dich volljährig macht, geht das leider nichts. Mann, das ist echt total blöd. Wir haben dir eine krasse Party versprochen, aber wir haben einfach nicht daran gedacht, dass es auch Leute gibt, die keinen gefakten Ausweis haben. Tut mir echt leid. Vielleicht morgen? Das ist er. Das ist er. Wir müssen mit dir reden. Halt ständig, weil wir ohne mit dir reden. Ja, ja, ist ja gut. Egal. Die kümmern wir uns später. Fangen wir erstmal aufs Präsidium. Kann mein Sohn nicht erreichen. Ja, bitte. Sehr gut. Ja. Okay, perfekt. Ja, wir kommen. Die Kollegen haben Axel Wittig aufgegriffen. Sind auf dem Weg ins Präsidium. Was? Was ist los? Kann ich mit dem reden? Ist ihm was passiert? Am besten Sie begleiten uns. Okay, ich komme gern mit. Ich rufe eben auch meine Anwältin an. Frau Brückner, wir stecken in Schwierigkeiten. Sie müssen uns helfen. Auf dem Polizeipräsidium bekommt Kriminaloberkommissar Erik Schmidt kein Wort aus dem verdächtigen Teenager heraus. Die Beweislast gegen Axel ist erdrückend. Mann, Axel, bist du verletzt? Bist du okay? Was wird Axel überhaupt vorgeworfen? Wir gehen davon aus, dass seine Lehrerin Julia Schütt überfallen und schwer verletzt hat. Und wie kommen Sie ausgerechnet auf ihn? Axel ist seit einiger Zeit aggressiv. Und die beiden sind in der Vergangenheit schon öfter aneinander geraten. Jetzt droht ihm der endgültige Schulverweis. Und er macht seine Lehrerin dafür verantwortlich. Der Direktor der Schule hat schon alles bestätigt. Ja, es ist alles. Das ist ja höchstens Motiv, noch dazu ein sehr dünnes. Die Spuren auf der Tatwaffe an einem Chaco werden gerade untersucht. Außerdem hatte Axel über die Kampfsportschule seines Vaters Zugang zu so einer Waffe. Ich würde gerne unter vier Augen mit meinem Mandanten sprechen. Wie Sie meinen. Sieh bitte auf, Herr Willi. Okay, Axel, ich warte da draußen auf dich. Axel, warst du es? Hast du deine Lehrerin niedergeschlagen? Mensch, Axel, ich will dir helfen. Ich bin deine Anwältin. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht mit mir redest. Sind die Anwältin meines Vaters? Nein, dein Vater hat mich beauftragt, dir zu helfen. Also bin ich deine Anwältin. Und ich werde alles, was du mir erzählst, vertraulich behandeln. Und niemandem weitererzählen. Ich will nach Hause. Ich bin mir sicher, dass dein Vater dich mitnehmen kann, sobald du erkennungsdienstlich behandelt wurdest. Das ist nicht mein Zuhause. Ich will zurück zu meiner Mutter. Sie können doch nicht wirklich glauben, dass mein Sohn das war. So nun, Schacko kann sich heutzutage jeder Idiot im Internet besorgen. Es gibt zwei Zeugen, Herr Wittig. Sie haben Ihren Sohn offensichtlich überhaupt nicht mehr im Griff, Herr Wittig. Und jetzt ist der Schulverweis Ihr allergeringstes Problem. Sie haben einen Jungen auf dem Krieger. Was hat der Junge Ihnen getan? Was er getan hat? Sind Sie nicht mehr ganz bei Trost? Sie haben meine Kollegin nicht gesehen. Ich schon. Ihr Sohn ist ein Monster, Herr Wittig. Und anders kann man das gar nicht mehr bezeichnen. Das reicht, Herr Groß. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie können jetzt gehen. Axel Wittig bestreitet die Tat. Und abgesehen von den zahlreichen Vermutungen, die es bislang zwar gibt, gibt es überhaupt keine Beweise für seine Beteiligung an dem Angriff. Ach, natürlich war er's. Und übrigens habe ich Axels Mutter inzwischen genauestens über alles informiert. Auch das noch. Also wenn Sie nicht mehr gegen meinen Mandaten in der Hand haben, dann müssen Sie ihn gehen lassen. Und ich hätte gerne Akteneinsicht. Was passiert jetzt? Wo bringen Sie ihn hin? Ihr Sohn wird erkennungsdienstlich behandelt. Aber ich bin mir sicher, dass Sie ihn anschließend mitnehmen können. Nicht wahr? Ja, ja. Das ist noch nicht überstanden, Herr Wittig. Sobald die Untersuchung der Tatwaffe abgeschlossen ist, werden die Herren wieder vor Ihrer Tür stehen. Für Benita Brückner ist die Haltung ihres Mandanten das größte Problem. Denn Axel will einfach nicht mit ihr kooperieren. Es gibt nur wenig, was die Arbeit eines Anwalts so schwierig macht wie ein Mandant, der schweigt. Meine Hoffnung ist, dass Axel vorhin bei der Polizei unter Schock stand. Aber jetzt, wo er zurück in seinem gewohnten Umfeld ist, endlich anfängt zu reden. Axel, hast du deine Lehrerin niedergeschlagen? Und wenn du es nicht warst, wer war es dann? Warst du dabei, als deine Lehrerin angegriffen worden ist? Es gibt Zeugenaussagen, die bestätigen, dass du am Tatort warst. Jetzt lassen Sie mich doch einfach mal in Ruhe. Axel, das kann ich nicht. Du brauchst dringend Hilfe. Es geht hier nicht nur einfach um ein paar kaputte Stühle, sondern um gefährliche Körperverletzungen. Ist dir das bewusst? Deine Lehrerin liegt schwer verletzt im Krankenhaus und dir drohen Arbeitsstunden, wenn nicht vielleicht sogar Jugendarrest. Und wenn schon. Das ist auf jeden Fall besser als hier. Axel, was soll das denn heißen? Mensch, du hast doch überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Vielleicht nehme ich dich am besten mal zu Veranschaulichungszwecken mit in die JVA. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Axel, Frau Brückner kann dir nur helfen, wenn du den Mund aufmachst. Ich will eure Hilfe aber nicht. Der Schuldirektor hat angerufen. Und die Polizei auch. Ja, was um Himmels Willen ist denn passiert? Wie geht's, Axel? Gut, Axel geht's gut. Lüg doch nicht. Bis jetzt habe ich dir auch geglaubt, bis ich diesen Anruf bekommen habe. Sag mal, was hast du mit unserem Sohn gemacht? Dass er fast eine Lehrerin tot prügelt. Jetzt bin ich auch noch schuld, oder was? Ach Gott, das habe ich doch nicht so gemeint. Mama. Axel. Dein Großer, was ist denn passiert? Ich will zu dir. Darüber reden wir in Ruhe, ja? Ich will nicht reden, ich will hier weg. Axel, ich verstehe das ja, aber ich möchte jetzt erstmal klären, was hier passiert ist. Was hast du angestellt? Guten Tag, Frau Wittig? Ja, hallo. Benita Brückner, ich bin die Anwältin ihres Sohnes. Gut, dass Sie da sind. Wir müssen reden. Also noch steht Ihr Sohn lediglich unter Verdacht, seine Lehrerin krankenhausreif geschlagen zu haben. Und die Polizei hat noch keine Beweise, aber das kann sich jeden Moment ändern. Und Axels Verhalten ist auch nicht gerade hilfreich. Bis Axel vor einem halben Jahr mit Stefan hierher gezogen ist. Da war er noch absolut normal und wirklich ein guter Schüler. Ja, das scheint sich ja radikal geändert zu haben. Ich meine, ich habe mir ja mal die Kopie seiner Schulakte schicken lassen und die ist voll mit rein weiße Verfehlungen. Also, was ist passiert? Ähm, Axel, gehst du bitte mal einen Augenblick raus. Also, wir, wir haben uns getrennt. Ich, ich habe mich getrennt. Unsere gemeinsame Tochter Inga, sie, sie lebt bei mir und Axel bei Stefan. Ja, aber ohne, dass Axel wirklich gefragt worden wäre, was er eigentlich will, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Er ist mein Sohn, verdammt. Ja gut, aber Sie können Ihre Kinder bei einer Trennung nicht behandeln wie ein Haus. Jeder kriegt die Hälfte, so funktioniert das nicht. Ich meine, man muss zusehen, dass die Kinder unter so einem Scheidungsverfahren so wenig wie möglich leiden. Es gibt doch noch gar kein Scheidungsverfahren. Warum nicht? Wir, wir sind noch nicht so weit. Dass die betroffenen Kinder unter so einer Trennung leiden, das ist ja unbestritten. Aber das Ausmaß, in dem Axel sich hier verhindert hat, das ist wirklich besorgniserregend. Also, was ist um Himmels Willen passiert, dass es den Jungen so aus der Bahn geworfen hat, dass er möglicherweise seine Leere niedergeschlagen hat? Mit einer Schlagwaffe? Ich weiß es nicht. Frau Putner, die Hintergründe unserer Trennung gehen auch Sie nichts an. Ja, aber Sie würden mir vielleicht helfen, Ihren Sohn zu unterstützen. Also Ihre Geheimniskrämerei hilft uns jetzt hier auch nicht weiter. Reden Sie mit Axel. Finden Sie raus, was mit ihm los ist. Ansonsten kann ich ihm nicht helfen, die Anschuldigungen gegen ihn zu entkräften. Okay, ich rede mit ihm. Ich werde in der Zwischenzeit auf anderem Wege versuchen herauszufinden, wie wasserdicht die Anschuldigungen der Polizei gegen Ihren Sohn tatsächlich sind. Also, ich melde mich bei Ihnen, ja? Wiedersehen. Wiedersehen.